Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und einem neuen Spiel. Fear Equation habe ich bei Steam gesehen und ja, ich wollte es mir eigentlich kaufen. 11 Euro kostet das aktuell, 25% reduziert. Aber ich habe die Entwickler angeschrieben, ich habe mein Glück versucht und ja, ich habe tatsächlich einen Key von denen gekriegt. Das stimmt mich unglaublich glücklich. Ich fand das Spiel sah total interessant aus auf der Steam Shop Seite. Und was ist das Ganze? Das Ganze ist ein Turn-Based Horror Strategie Spiel. Ich finde das Prinzip ist fast so ein bisschen wie 60 Seconds. Wer sind wir? Wir sind ein Ingenieur auf einem modifizierten Frachtzug. Warum ist der Frachtzug modifiziert? Um die Passagiere, die da drin sind, zu schützen und zwar gegen den Nebel, der draußen herrscht. Denn dieser Nebel ist böse und der Nebel kann einen töten. Und unser Ziel ist es, mit diesem Zug zu überleben natürlich. Da können wir von einer Position zur anderen fahren und bei der Position können wir dann unsere Passagiere auf Loot-Missionen schicken beispielsweise. Müssen natürlich aufpassen auf den Nebel oder auf andere Feinde. Und ich habe da jetzt gerade ein bisschen reingespielt. Ich habe auch zwei Folgen aufgenommen, aber das war für mich am Anfang doch ein bisschen zu kompliziert. Und da habe ich mir gedacht, fange ich nochmal neu an. Also, ja, meine Passagiere waren auch alle gestorben. Da habe ich mir gedacht, komm, machst du neu. Wir spielen es eigentlich trotzdem noch relativ blind. Ich mache mal hier Startgame. Aber ich habe mich halt eben jetzt vorher ein bisschen in das Spiel reingelesen. Es gab auch ein Intro zu dem Spiel. Aber das Lustige oder Komische war, ich habe das Spiel gestartet, dann kam das Intro. Dann hat sich das Spiel wieder geschlossen. Und ja, wenn ich jetzt das Spiel starte, kommt das Intro nicht mehr. Und hier waren auch so Tutorial-Zettel dran. Die sind jetzt auch nicht mehr da. Komisch eigentlich. Aber wir stehen jetzt auf. Und das ist unser Zug. Hier war ein Operators Manual, das ich ehrlich gesagt noch gar nicht gelesen habe. Diesen Teil zumindest. Damit tab, skippen wir die Phasen. Okay, es gibt also verschiedene Phasen. Okay, je länger wir zum Beispiel da bleiben, umso dicker wird der Nebel. Und der Nebel ist halt böse. Und hier ist es so, es gibt Träume, die Passagiere haben Träume. Und der, wenn die irgendwie so einen Albtraum hatten, dann kommt der Nebel an und sagt, ach, der hatte diesen Traum, dann lasse ich den mal irgendwie Realität werden. Okay, der Fock wird niemals mich attackieren, noch die Kabine durchbrechen. Aber es gibt ja, ähm, ja, es gibt Revolten und so. Aber egal. Ja, das wollte ich jetzt nicht alles mit euch machen. Wir haben, oh. The Train starts, okay. Ähm, Schwierigkeitsgrad ist, ähm, normal. Ich hätte eigentlich auch leicht nehmen können. Aber, naja. Brauchen wir gerade nicht. Wir haben ja eh keine Passagiere. So. Ähm. Gehen wir mal hier dran. Und wir launchen jetzt mal so eine Beacon. Ypsilon, ja, will ich. Hier haben wir Coms. Ihr seht da oben Supplies und so. Aber das mit den Frequenzen weiß ich auch noch nicht so ganz. Ähm, inwiefern das jetzt sich irgendwie... Oh, fünf Survivor haben wir direkt. Ich hatte eben nur drei. Okay. Ein bisschen haben wir also schon zusammen. Und jetzt seht ihr da... Da ist jetzt die Lotterie-Phase. Wir sehen jetzt auch hier, ähm, haben wir unsere fünf Leute drin. Da. Und... Hier ist unser... Ach, die sieht dieses Mal sogar anders aus. Das ist cool, immer eine Random Map. Ähm. Ich mache jetzt aber mal was anderes. Und zwar warte ich eine Phase ab. Jetzt ist Orders. 9, 8, 6. Probieren wir einfach mal aus. Error. Okay. Supplies lassen wir mal an. Der wechselt die Frequenzen, aber glaube ich auch automatisch. Ich weiß nicht. Ähm ... Hmm. ist es ist es ist es ist und klar Supplies 5.11 5.11 2.11 5.11 Dann gucken wir uns 5.11 doch mal an, auf der Karte. 5.11 ist hier. Ich schlage vor, dort schippern wir jetzt auch hin, oder was heißt schippern, wir fahren. Wir haben den, boah, wir haben den 15. Pub, General Store, Restaurant. Ja, wir machen jetzt einen Plot, wir fahren langsam, oder? Guckt euch mal den Energieverbrauch an, hier. Äh, den Treibstoffverbrauch. Komm, wir fahren langsam. So, und jetzt können wir... Kann ich erstmal higher machen. Ich schau hier mal kurz. Aha, das ist die nächste Phase. Und jetzt muss ich wahrscheinlich wieder ins Bett. Das kann ja spannend werden. Ich denke, ich mach dann hier einen Cut. Wenn irgendwas Spannendes passiert, mach ich natürlich wieder, schau ich natürlich wieder mit euch durch. So, hier haben wir jetzt einen Funkspruch, oder mehrere Funksprüche gekriegt. Das sind, ist alles Supplies. Ich möchte jetzt allerdings auch, auch mal die anderen hier machen. Das war, nehmen wir als erstes... Als erstes 5.18. Und... Oh. Schauen wir mal auf die Karte. Oh, guck mal. Boah, wie lange bräuchte ich denn da hin? 12. Februar. Alter. Aber das ist ein Rail Depot. Das ist cool eigentlich. Okay, aber wir fahren erstmal hier hin. Auch wieder slow. 21. Januar würden wir wieder ankommen. Plotten wir doch mal die Route. Eine Kirche. 5.13. Wir gucken uns den Funkspruch nochmal an. Ah, zu weit gelaufen. Supplies an der Kirche. Die 2 haben wir gesehen. 7.13. 5.11. Das ist alles die eine Stadt, die wir eigentlich als Ziel hatten. Und wir schauen uns jetzt mal kurz 7.13 an. Ja, was weiß ich. Egal. Erstmal hier hin. Wir fahren wieder slow. Plot-Route. Und... ...geben Gummi. Ich muss wieder Haier machen. Okay. So, wir haben neue Funksprüche. Und zwar dieses Mal waren wir auf die Frequenz Help eingestellt. Darum schauen wir jetzt mal. 1.11. Ein paar überleben. Viele Überlebende. Jetzt stellen wir mal auf Ressourcen. Falsch rum. Gucken wir uns das Ganze auf der Karte an. Ja, aber wir haben ja auch keine Markierung, wo wir hinfahren können. Also das ist tatsächlich im Moment das nächste Ziel, was wir anfahren können. Und das ist wohl das Ziel. Ob wir es jemals da hinschaffen? Wer weiß. Oh. Gehen wir wieder zurück. Wir müssen wieder schlafen. Wow. Wow. Was war das denn? Wow. Was war das denn? Blicke ich jetzt gerade nicht ganz durch. Habe ich einen Traum? Auf dem Computer stand was. Da gesehen. Immer noch 5 Survivor. Äh. Hm. Das ist gut. Wir haben gut zusammengearbeitet. Zwei Verletzungen. Schatten haben angegriffen. Okay. Wir schauen mal. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte das Notebook. Und zwar haben wir im Moment die Carriage 1 gefüllt. Und jetzt auch die hat noch ein paar Medi-Packs. Das ist gut. Und Ressourcen. Und Ressourcen. 7, 13. 5, 11. Was ich nicht ganz verstehe ist, hier wird mir angezeigt, diese Punkte zeigen wir anscheinend an, wie viel Power die wohl anfordern. Wenn ich aber einen höher mache, wollen die gleich mehr haben. Und das wollen wir nicht. So. Können wir jetzt auf 9, 8, 6. Wir stehen wieder error, verstehe ich nicht. Achso, Mission, ach ja klar. Mission ist, wenn ich meine Leute auf Reise schicke. Ja, logisch. Top. 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 Ja, das ist really poor. Ja, schlaf. So, wir gucken mal, was für ein Tag heute ist. Heute ist der 20. Und... Wir sollten hier am 21. Wir sollen hier am 21. Ankommen. Okay. Was ist das? Da kämen wir sogar hin. Ich kann nicht sehen, was ist das? Oh. Wie auch irgendwo so ein schlaues Buch? Nicht wirklich. Wenn ihr das erkennen könnt, schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, was das hier für eine Flagge ist. Gut, irgendwas Interessantes hier. Ressourcen. Supplies. Okay, und stellen. Ja, auf 5.18. Und schippen weiter. Und schippen weiter. Supplies. Und bald sind wir da. Schlafen. Oh, nicht schon wieder. Was steht da? Fuck activity detected. Was geht denn mit euch ab? Fuck it. Defend disengaged. Okay. So, was steht denn hier Schönes? Zwei Injuries treated. Was heißt denn Bickered? Bickered. Zanken. Okay, die haben sich... Oh, okay. Das will ich aber nicht haben. Hier, Freunde. Hier wird sie nicht gezofft. So, es gibt eine neue Help. Boah. Wird mir ja alles auf der Karte angezeigt. Und... 21. Und wir sollen ankommen um... 6 Uhr abends. Okay. Ja, wir sind da. Und... Wir haben ein bisschen Fock. Also Nebel. Ein paar Hilfe-Rufe. Und... Ja. Ähm. Ich schaue mir nochmal kurz an, welche Position das denn hier jetzt ist. Das ist... 5.13. Oh nein, das wollte ich doch gar nicht. Nein, ich wollte doch nicht schlafen. Ich wollte mir jetzt mal kurz angucken, was denn hier alles 5.13 ist. Ok. Okay. Vielen Dank. 5, 13, das ist die Kirche. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier ein Päuschen und sehen uns in der nächsten Folge. Dann schauen wir uns mal die Kirche an. Bis dann. Tschüss.